Ihr habt mich schon öfters gefragt, wie kann ich eigentlich Dateien verschicken über das Netzwerk mit Python? Das braucht man gelegentlich mal, wenn man zum Beispiel irgendwas hochladen möchte auf einen Web-Server und es soll schnell gehen oder, oder, oder. Zum Beispiel auch für einen Client irgendwie, zum Beispiel wie ein Discord-Client oder sowas. Da ist das schon sinnvoll. Und ja, das geht absolut und ist eigentlich auch gar nicht so schwer, denn wir können das Ganze über Socket einfach machen und das wollen wir heute machen. Das heißt Import Socket erstmal und selbstverständlich brauchen wir auch noch Import OS, denn mit OS greifen wir auf die jeweilige Schnittstelle von unserer Datei zu. So, und ja, jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, welche Datei wollen wir denn eigentlich verschicken? Und ich dachte mir, wie wäre es denn eigentlich mit dem Long.Wave? Diese Long.Wave ist eine Datei, die wir letztes Mal, ups, letztes Mal verwendet haben, zum Spracherkennung betreiben und ja, lässt sich eigentlich ganz gut verschicken. Das heißt, was wir machen wollen ist, wir wollen die File ist gleich und hier kopiere ich mir jetzt einfach mal den kompletten Pfad, Copy Path, Absolute Path. Natürlich kann man das ein bisschen geschickter machen, sage ich jetzt mal, aber wir nehmen jetzt einfach mal den vollen Pfad und natürlich kann man das den User eingeben lassen, natürlich kann man rekursiv seine ganzen Dateisysteme scannen und so weiter und so fort, ja, das ist klar. Aber wir brauchen noch ein paar weitere Sachen und zwar Dinge wie zum Beispiel den Host. Das ist erstmal unsere lokale IP-Adresse. Die könnt ihr in eurem System auslesen. Ich habe das hier mal vorbereitet und zwar mit dem Befehl IP-Config bzw. unter Linux geht es ein kleines bisschen anders. IF-Config kann man da auch machen. So, das heißt, unsere IP-Adresse ist 192.168.0.244 und hier muss natürlich immer die IP-Adresse eures Clients rein. Das heißt, da, wo ihr tatsächlich euch hinverbinden wollt, wenn ihr auf einen Server verbinden wollt, muss da die IP-Adresse des Servers rein. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein. So, wir kopieren uns das Ding und fügen das hier mal ein. Und ja, der Port, den können wir setzen, wie wir wollen. 1337 scheint mir immer noch eine gute Zahl zu sein. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz eine Sache nach. Und zwar, wenn wir diese Datei verschicken wollen, dann müssen wir natürlich erstmal gucken, wie groß ist das Ding eigentlich. Das heißt, File Size setzen wir erstmal auf os.path.getSize von File. Und das gucken wir jetzt mal nach. Denn das ist was, was wir tatsächlich auch wunderbar ausprinten können. Dann sehen wir auch schon, ob das ganz gut geklappt hat mit dem Datei einlesen oder ob das eher Schwierigkeiten gab. So, wir sehen hier, das Ding ist offensichtlich 5 Megabyte groß. Das heißt, wir können das auch weiter verwenden. So, sehr gut. Jetzt wollen wir hier natürlich eine Netzwerkverbindung aufbauen und die bekommen wir mit Socket. Das heißt, es ist gleich Socket.socket. Und zwar mit, also das ist quasi instantiiert. Okay. Und hier rein connecten wir uns jetzt. Das heißt, wir sagen, okay, verbinde dich doch bitte mit unserem Server. Also mit Host und Port. Das heißt, baue eine Verbindung auf. Ist im Endeffekt ganz normal, wie mit dem normalen Socket auch. Also Host und Port. Nicht Post, sondern Port. Und ja, jetzt können wir hier tatsächlich mehr oder weniger einfach reinschreiben, was wir eigentlich übermitteln wollen. Das heißt, wir sagen hier, ey, wir senden jetzt an unseren Host Daten. So, und jetzt wird es ein bisschen besonders. Denn wir müssen jetzt hier anfangen, die Daten irgendwie in einem eigenen Netzwerkprotokoll zu übertragen. Das bedeutet, wir müssen hier erstmal tatsächlich uns drum kümmern, das Netzwerkprotokoll festzulegen. Und das ist wichtig, dass das einheitlich ist. Denn wenn ich was schicke, also mein Netzwerk Traffic quasi hier festlege, zuerst kommt Dateiname, dann kommt Dateigröße. Also sowas wie, Achtung, ähm, File, ähm, File, genau. Und dann kommt File Size. Ja, wenn ich das jetzt hier festlege, ich aber auf der anderen Seite, auf der Server Seite, also da, wo es empfangen wird, zuerst die File Size einlese, dann sollte klar sein, dass das Schwierigkeiten geben wird. Und natürlich muss ich am Ende immer noch encoden. So, das bedeutet, ähm, wir müssen hier irgendwie das Ganze festlegen und uns auch mehr oder weniger merken, um das Ganze serverseitig gleich zu machen. Auf der anderen Seite brauchen wir noch sowas wie, ähm, naja, einen Platzhalter, damit wir wissen, File ist zu Ende, jetzt beginnt File Size, denn es könnte ja auch zum Beispiel sein, dass ich hier mit, ähm, long.wave50 übertragen möchte, also eine Datei mit der Endung .wav50. Woher soll ich dann wissen, dass die 50 nicht mehr zu, ähm, oder noch zu Wave gehört und nicht mehr zu der File Size? Das ist ziemlich wichtig. Und deswegen packen wir uns hier oben sowas wie einen Separator rein und den setzen wir mal auf irgendwas sehr Spezielles. Was eignet sich denn als Separator? Naja, ein Leerzeichen offensichtlich nicht, weil ein Leerzeichen steht auch in unserer Datei drin. Dann wissen wir nicht mehr, was eigentlich noch zu File gehört und was noch zu File Size gehört. Ähm, funktioniert also nicht ganz. Ein Backslash? Naja, auch nicht so ganz. Aber ein Hashtag kann auch in Dateinamen verwendet werden. Das heißt, das funktioniert nicht so ganz. Was wir allerdings machen können, ist zum Beispiel mehrere Zeichen verwenden. Das heißt, Hashtag Seb Hashtag könnten wir verwenden. Problem ist allerdings, wenn jetzt in einer Datei der Dateiname Hashtag Seb Hashtag entsteht oder drin steht einfach, eine Datei einfach so heißt, was ein legaler Dateiname wäre, würde das auch nicht funktionieren. Das heißt, wir hätten auf jeden Fall einen Bug innerhalb unseres Dateinamens. Das heißt, wir müssen quasi nochmal hier überprüfen, if Seb In File Print Warning Invalid File Name und dann exiten wir mit minus 1. So, das heißt, wenn ich jetzt Hashtag Seb Hashtag irgendwo in meiner Datei drin habe, dann wird die einfach nicht übertragen, weil es kein gültiger Dateiname ist. Das könnt ihr natürlich frei wählen. Also ihr könnt ja auch theoretischen Lehrzeichen nehmen, aber dann werdet ihr halt relativ viele Dateien nicht übertragen können. So, jetzt wollen wir dieses Hashtag Seb Hashtag hier noch eintragen und zwar ganz einfach über den Seb hier drin und dann können wir eigentlich anfangen, das ganze Ding zu schicken. Eine Sache, die wir davor noch brauchen, wäre vielleicht zu wissen, wie viel wir denn pro Mal schicken. Denn im Endeffekt, das ganze Konzept besteht darin, dass wir unsere Datei aufteilen in mehrere kleine Einzelteile und die dann halt einfach verschicken. Und quasi das Ganze so lange machen, bis quasi File Size am Ende ist. Das heißt, wir müssen hier noch einen Buffer festlegen. Buffer ist gleich, und ich würde den mal auf 1024 Bytes setzen. Das sind dann relativ viele Pakete, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. So, und ja, jetzt gehen wir hierher, With Open, und wir lesen jetzt, uh, wow, okay, ich bin ein bisschen overwhelmed. Oh, bitte geh weg. Ui. Die IDE meint es gut mit mir, aber es ist ein bisschen viel. Also, With File, das ist die hier. Und zwar wollen wir als, äh, diese Datei öffnen. Aber Achtung, wir wollen sie lesen, und zwar binär lesen, bitte. Das ist hier der große Punkt. Wir wollen die Datei binär lesen, sonst wird es schwierig. Und zwar als F wieder mal, wie üblich. Ähm, und ja, was wir jetzt hier machen, ist eine ganz stinknormale Wild-True-Schleife, denn wir werden das Ganze so lange machen, bis wir in der Schleife drin breaken. Wann breaken wir? Na ja, wenn die Datei keine Bytes mehr zulässt, denn ein Lesevorgang in einer Datei sieht so aus. Wenn unsere Datei A, B, C enthält, dann steht der Cursor am Anfang hier, also vor A. Wir lesen ein Zeichen, zum Beispiel steht dahinter A. Wir lesen noch ein Zeichen, steht dahinter B. Wir lesen noch ein Zeichen, steht dahinter C. Wir lesen noch ein Zeichen, äh, nothing. Ja, das heißt, wenn das quasi nichts mehr, wenn nichts mehr da existiert, dann ist es richtig. Und dann ist auch gut so, dann sind wir fertig. Dann können wir breaken. Das heißt, zuerst mal müssen wir lesen. Und zwar sagen wir hier einfach mal Bytes. Ähm, Bytes ist allerdings belegt. Das heißt, ich sollte hier, äh, Filebytes nehmen, irgendwie sowas. Und sage ich hier, okay, wir lesen die Datei, Achtung, wir lesen immer in Bytes, weil wir die Datei binär aufgemacht haben. Also sagen wir hier, okay, wir lesen jetzt Buffer Bytes, ähm, und die wollen wir jetzt übertragen, aber nur, äh, Quatsch, das muss natürlich in die Wildschleife rein. Es sollte klar sein, dass ich hier Quatsch gebaut habe. Ähm, und zwar wollen wir das jetzt bitte hier übermitteln an unseren Server, aber nur, naja, wenn eben auch wirklich was passiert. Was noch in der Datei drin stand, wenn wir nicht am Ende waren. Das heißt, if not filebytes, also wenn das Ding quasi none ist, dann haben wir nichts mehr lesen können. Dann sind wir hier fertig. Und ansonsten schicken wir das Ganze. Ja, nächster Step ist eigentlich relativ simpel. Und zwar, ähm, wir senden das über S, also den Socket, logischerweise, send. Achtung, wir nutzen hier nicht send, sondern send all. Ähm, das hat einige Vorteile, ähm, weil wir uns da quasi nicht mehr um die ganzen Daten kümmern müssen. Und wir können hier einfach tatsächlich die Filebytes übermitteln. Und, ja, dann landet das Ganze schon bei unserem Server. Und dann können wir hier tatsächlich hergehen und einfach S.Close auswählen. So, das ist jetzt natürlich nur die halbe Miete, weil, ähm, der Server ist noch nicht fertig. Das heißt, wir brauchen bei einem Client, also bei sowas wie einem Socket-Programm, braucht man immer zwei Dateien. Eine, die auf dem Server läuft und eine, die auf dem Client läuft. Und das hier ist jetzt tatsächlich unser Client-Code, Transfer-Files-Server wird unser Server-Code. Und natürlich kommt das auch in unser GitHub-Repository. Das heißt, da könnt ihr gerne nochmal reingucken. So, wie immer auch hier, wir werden mehrere Sachen haben, die wir importieren müssen. Natürlich Socket und wir brauchen selbstverständlich auch, ups, Import-OS. Ist ganz klar. Ja, und anschließend brauchen wir einen Host. Ähm, das ist logischerweise der Server. Der Server ist eigentlich, da er Localhost ist, in unserem Fall jetzt auf jeden Fall 0, 0, 0, 0. Das ist quasi, ähm, ja, Localhost. Und die, der Port, der soll hier bitte auch derselbe sein. Und das ist jetzt hier wichtig, dass wir denselben Port verwenden. Ja, also nicht irgendeinen anderen, bitte denselben, sonst wird es bei euch nicht funktionieren. So, auch wichtig ist, dass wir solche Sachen wie den Buffer, den ich hier aus dem Client tatsächlich mal nach oben kopiere, den Buffer und den Separator, die müssen hier auch drinstehen. Also die dürfen sich auch nicht verändern, weil ansonsten werden wir die Datei hier falsch lesen. Dann versuchen wir mehr Bytes auszulesen, als wir einlesen oder als wir geschickt haben. Und ja, dann wird es schwierig. Dann stürzt uns das Ganze ab und fliegt uns um die Ohren. Auch der Separator ist wichtig, weil wir ansonsten nicht wissen, ob die Datei irgendwie oder wo die Datei aufhört und wo die Datei größer anfängt. Deswegen, ja, wichtige Sachen hier alles. Und wenn wir die verkacken, dann haben wir Probleme. Okay, next up ist natürlich unsere Socket Connection. Das heißt, wir sagen hier S.Socket.Socket, Klammer, Klammer, ganz klar. Und dann, Achtung, hieran erkennt man immer den Client und den Server Code. Der Client connectet sich auf den Server. Der Server, der akzeptiert Verbindungen und macht erstmal ein Bind. Das heißt, er öffnet sich für eingehende Verbindungen und sagt, ja, yo, ich bin der Host und ich höre auf dem Port hier zu. Mach mal bitte, schick mir irgendwas. So, dann müssen wir angeben, wie viel ist denn irgendwas und wie viele Verbindungen erlauben wir denn gleichzeitig. Und das machen wir mit Listen, also quasi immer noch dasselbe, was ihr mit einem normalen Socket auch machen würdet. Und ja, dann können wir gerne hier so ein kleines Print ausstecken. Server Open. So, okay, next up müssen wir quasi abwarten, also der Server wartet jetzt, dieses Listen dauert, ja. Und wir warten sozusagen, beziehungsweise das Listen dauert eigentlich nicht, das Listen ist nur ein Befehl, aber das Accepten, das dauert so lange, bis sich jemand verbindet. Mal sagen wir hier ClientSocket und seine ClientAdresse ist gleich S.Accept. Das heißt, wir warten in diesem Accept-Aufruf hier, so lange, bis sich jemand drauf verbindet. Und dann können wir hier tatsächlich schon angeben, hey, wir sind gerade fertig, hier hat sich jemand gerade verbunden. Das heißt, sowas wie ein FormatString, Address, just connected. So, und jetzt hoffen wir natürlich darauf, dass unsere Address auch das schickt, was wir erwarten. Ansonsten, naja, ansonsten können wir hier keine Datei speichern. Das heißt, wir sagen hier, okay, erst mal der erste Aufruf, wo irgendwas geschickt wird, ist, naja, was ist der erste Aufruf? Nein, es ist noch nicht die Datei, es ist tatsächlich das hier. Das heißt, die Datei oder der Dateiname, besser gesagt, und die File Size. Also kriegen wir hier quasi erst mal das, was wir rausbekommen, also File Name oder auch einfach nur File, reicht eigentlich auch. So, und wir kriegen die File Size raus aus unserem Client Socket, Punkt Receive. So, wie viele Bytes erwarten wir denn? Naja, wie viel haben wir denn hier geschickt? Wahrscheinlich haben wir nicht so genug geschickt, aber höchstwahrscheinlich haben wir weniger als 1024 Bytes verschickt. Das müssen wir aber nachher noch testen, vielleicht reicht das auch gar nicht, aber es sollte eigentlich reichen. Also sagen wir hier einfach mal Buffer. Okay, das Ganze müssen wir decoden, weil es ist in Binär und ja, standardmäßig muss man halt einfach irgendwie Binär Code übers Netzwerk schicken, ist klar. Und dann müssen wir allerdings noch Folgendes machen, damit wir File und File Size wirklich rausbekommen. Wir müssen splitten. Das heißt, wir sagen hier Split und naja, an was wollen wir splitten? An unserem Zap, denn der gibt uns an, wo quasi File Name zu Ende ist und wo File Size anfängt. Okay, ups, das ist glaube ich so einer der wichtigsten Schritte. So können wir quasi rausfinden, wie groß die Datei ist und ja, jetzt können wir hier tatsächlich uns die Datei schnappen und hier reinschreiben. Ich werde jetzt hier einfach mal in den normalen Ordner reinschreiben, die können wir ja dann nachher wieder löschen, das ist ja nicht schlimm. So, also der File Name selber sieht dann folgendermaßen aus. Wir wollen ja den kompletten Datei Namen haben, das heißt, wir sagen hier also nur den Namen und nicht den Pfad haben. Das heißt, wir sagen hier OS.Path.Basename aus unserer File und unsere File Size müssen wir auch nochmal ein kleines bisschen umwandeln. Denn achtet darauf, wir haben hier, also in unserem Client das Ganze über einen String encodiert. Das heißt, das ist nicht als Integer rübergekommen, wir haben es danach wieder dekodiert, sondern es ist immer noch ein String. Also sagen wir hier Int von File Size. So, und ja, jetzt können wir hierher gehen und sagen, with Open. Wie wollen wir unsere Datei nennen? Naja, File... Eieieiei, das ist verdammt nervig. File Name. With Open File Name. Und wie wollen wir die Datei öffnen? Wir müssen schreiben und zwar müssen wir binär schreiben, also WB. Das heißt auch ungefähr Welcome Back und zwar auf unserem Server. Aber ja, das hat damit eigentlich nicht wirklich was zu tun. Und zwar als F natürlich, weil wir alle Dateien, fast alle Dateien als F öffnen. Und hier auch, auch hier sagen wir wieder. Bytes, achso, Bytes gibt es ja wieder nicht. Bytes Received ist gleich ClientSocket.Receive. Und zwar wie viel wollen wir Receiven? Naja, natürlich unseren Buffer. Und solange wir hier was Receiven, solange wollen wir das machen. Das heißt, while... Ja, das wollte ich nicht. While Bytes Received. Jetzt habe ich es. So lange wir also was Receiven, wollen wir die Datei beschreiben. Und zwar F.Write. Und zwar die Bytes, die wir gerade bekommen haben. Und das war es eigentlich auch schon. Also wir müssen dann natürlich noch jedes Mal quasi neu einlesen. Warum mache ich das jetzt so rum? Ist ja klar, wegen der White-Schleife hierher. Das heißt, ich versuche erst was zu lesen. Dann überprüfe ich, ist das auch wirklich vorhanden? Und wenn ja, schreibe ich die Datei und dann lese ich das nächste ein. Und ich schreibe die Datei und ich schreibe die Datei und so weiter. Bis ich hier eben nichts mehr empfange. Und wenn ich nichts mehr empfange, dann bin ich quasi fertig. Das heißt, ich kann hier tatsächlich sagen, client-socket.close. Und dann auch natürlich mein server-socket.close. Weil ich möchte nur einmal eine Datei empfangen. Wenn ihr mehrere Dateien empfangen können wollt oder von mehreren Seiten Dateien empfangen können wollt, dann packt das hier auch noch in eine Wild-True rein. Und dieses Accept wird dann natürlich jedes Mal blockieren, sozusagen, bis jemand verbunden hat. Wobei ihr fünf gleichzeitig verbinden lassen könnt. Das geht. Genau. Und damit haben wir es eigentlich quasi schon. Jetzt starten wir erstmal den Server. Warum starten wir zuerst den Server? Oh, guten Tag. Ja, wir wollen den privaten Zugriff zulassen. Wir starten den Server. Warum zuerst den Server? Naja, der wartet auf Clients. Die Clients warten auf keinen Server. Die sagen einfach, hey, da gibt es nichts. Und der Server, der ist ganz brav und wartet. So, also der Server läuft und wir starten den Client und der Client fertig. Ja, und hier sehen wir schon, long.wave ist fertig, server open. Und wir sehen hier auch, der hier hat sich gerade connected und fertig. Ja, und das war tatsächlich auch schon alles. Jetzt haben wir diese Datei schon übertragen. Ihr könnt das natürlich mit sehr, sehr, sehr viel größeren Dateien auch machen, wenn ihr das wollt. In unserem Fall macht das jetzt gerade nicht wirklich Sinn, weil ich gerade keine sehr viel größere Datei habe, wobei dieses Video wahrscheinlich eine sehr viel größere Datei sein wird. Also, ja, gönnt euch. Probiert gerne mal aus. Lasst mal eins tatsächlich auf einem Server laufen. Lasst eins auf einem Client laufen. Allerdings, eine wichtige Sache hierbei und zwar eure Dateien sind nicht verschlüsselt. Ja, das heißt, hier ist nichts mit SSL oder sowas gewesen. Hier ist auch nichts irgendwie verschlüsselt. Das kann ich euch noch separat irgendwann zeigen, wenn ihr wollt. Wobei wir dazu schon mal was gemacht haben. Es wurde nur leider, ähm, ja, ne, sag ich jetzt nicht weiter. Aber auf jeden Fall, ähm, da gibt es auch Möglichkeiten, das Ganze zu verschlüsseln. Wenn ihr das auch haben wollt, dann schreibt ihr mir das gerne nochmal. Dann machen wir das auch von mir aus gerne nochmal. Und was wir auch machen können, ist, die Dateien zu komprimieren. Also irgendwie mit SIP oder sowas. Das können wir auch gerne machen. Und was auch noch machbar ist, was man hier auch noch dranhängen könnte, was mir gerade so spontan einfällt, das hatten wir tatsächlich noch nicht, ähm, dann können wir hier auch, wenn ihr wollt, das Ganze überprüfen, ob die Datei richtig übertragen wurde. Und, ähm, ja, wenn ihr das alles haben wollt, dann schreibt mir das ganz gerne unten mal in die Beschreibung rein, beziehungsweise ihr wisst, was ich meine. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.